Herzlich willkommen zu meinem Sonntagswort heute. Viele von euch wissen, dass ich den Karneval sehr liebe und sehr mag, ein kleiner Karnevalist bin und das soll heute auch im Sonntagswort zum Tragen kommen. So habe ich ein paar Reimverse für euch zum sonntäglichen Evangelium mitgebracht. Ihr lieben Schäfchen, hört dem Pfarrer zu, ich lasse euch heute nicht in Ruh, denn eine Hüttenpredigt, ich will halten, bitte, ihr müsst aber trotzdem das Hirn einschalten. Die Botschaft Jesu ist voll Freude und diese wird in dem Gebäude, das sich hier üblicherweise Kirche nennt, verkündet, wie man es ja kennt. So lesen wir bei Markus heute, wie Jesus einen Mann erfreute, der fern von allem leben musste, da man um seine Krankheit wusste. Aber einer, der uns immer zur Seite steht, den Weg der Krankheit mit uns geht, der sei hier besonders genannt, denn unser Leben liegt in seiner Hand, in Gottes Hand. Der Herr hat uns heil geschenkt, er hat unser Leben gut gelenkt, er hat uns befreit von den Sünden, das sollten wir der Welt verkünden. Ich wünsche euch heute an Karneval viel Gottes Segen überall. Es sollen sich freuen, Kind, Mann und Frau. Und so sage ich denn am Ende heute nicht Amen, sondern Hello. Gottes Segen euch und einen guten Sonntag.